Willkommen zurück zur Coverage der LLDS Stage 2 in Kassel, Deutschland. Der zentralsten Stadt in Deutschland. Und da hört es auch auf bei den positiven Sachen, die ich über Kassel sagen kann. Du kannst noch ein paar mehr erzählen. Der Herkules-Status steht hier. Okay, sehr gut. Und, beziehungsweise, du hast uns gestern gezeigt, es gibt eine schöne Aussicht in Kassel, wo man quasi über die ganze Stadt schauen kann. Ja. Also das war auch ein nettes Restaurant. Da wo wir waren? Ja. Ja, das fand ich gut. Also es gibt auch in Kassel schöne Plätze. Fragt einfach den Hut. Du hast halt beim letzten Mal gemeint, es gibt nichts hier. Ja, aber ich sage das über jede Stadt. Okay, gut. Also das muss ich mal zur Verteidigung von Kassel und allen anderen Städten dieser Welt sagen. Egal, wo ich hinkomme, mein erster Impuls ist immer, was ist das denn hier? Also wirklich. Und wenn das nicht der Fall ist, das war bisher erst drei oder viermal der Fall, dass ich nicht sofort gesagt habe, die Stadt sagt mir nicht zu, die gefällt mir nicht, dann ist es immer einer meiner Lieblingsplätze am Ende. Okay. Und das kann ich nur von Prag, Seattle, New York und Berlin behaupten. Das heißt, du hast die erste Zeit, als du über Kassel geredet hast, nicht geredet hast, einfach hast du Kassel wohl geliebt. Naja, keine Sorge, ich habe das dann schon noch fundiert belegt, dass Kassel ein Kaff ist. So, damit aber genug über Kassel. Also du willst noch ein bisschen was hören, aber ich glaube nicht. Du kannst doch nicht mal Kassel buchstabieren. Ja, keine Sorge, man weiß es, weil ja die meisten Strafzettel herkommen. Echt? Die Hessen blitzen immer wie verrückt. Ja, doch. So, wir haben nächste Runde ein interessantes Match. Wir holen uns nämlich mal Paläosolisch an den Tisch, ist das richtig? Ich hoffe. Wir brauchen noch ein bisschen... Vier Minuten in etwa, also wir können in der Zeit nochmal ein bisschen... Genau, wir können ein bisschen drüber erzählen. Überraschend ist heute nicht ABC das meistgespielte Deck, sondern die Metal Foes. Ach, Metal Foes. Ja, ich weiß, ich war auch am Haken. Genau, aber ABC zweithäufigstes Deck und dann sehen wir dieses Paläosolisch-Deck war dann jetzt das drittbeliebteste. Mit acht Vertretern auf die 61 Spieler, die wir haben. Ihr wisst, es ist ein Einladungsevent. Es kommen nur die Leute rein durch die Tür, die sich qualifiziert haben. Metal Foes ist abgeleitet von Metaphose und Metall oder... Metall und Metamorphose quasi. Ja, Metal Foes. Vielleicht gibt es das ja sogar. Im Echt meinst du? Ja, so. Who knows? Who knows, ja. Ja, also... Wir hatten auch gerade mal kurz auf die Pairings geblickt. Wir haben gesehen, wer noch im Rennen ist, wer vorne mit dabei ist. Ganz wenige Spieler, ich glaube noch zwei, sind ungeschlagen oder drei. Ich kann den nicht genau, aber der Jack Wermer halt ungeschlagen. Jack Wermer ist auf jeden Fall dabei. Danke dir. Aber so von den Namen, die noch so oben mitgespielt haben, hatten wir halt Alper Engin als... Genau. Und unser Karl von Hallerstein hat sich nach vorne zurückgekämpft. Genau, der hat den Rebound geschafft, also nachdem wir im Runde 1, im Feature-Match, den guten Karl hatten. Und er leider verloren hat, hat er es jetzt geschafft, drei Runden in Folge zu gewinnen. Also, die Deckwahl von ihm, er hat die, die, die gespielt. Der, die, Dost. Dost, ja. Hat letzten Endes dann, war doch eine gute Wahl. Hast du ja auch gesagt. Genau, also, das Deck kann ja was. Also, er ist ja jetzt nicht auf dem Kopf gehörten, unser lieber Karl von Hallerstein. Ganz im Gegenteil. Der weiß ja ganz genau, warum er das Deck genommen hat. Ja. Und... Vielleicht hat er auch dann letzten Endes gute Match-Ups gehabt, weil er die erste Runde nicht gewonnen hat. Genau. Kann ja auch passieren. Du hast ja das Interview mit ihm... Nee, hast du nicht. Er hat ja verloren. Genau. Okay. Hier sitzen nur Leute, die gewonnen haben. Wir werden vielleicht ja noch in den Genuss kommen, mit Karl von Hallerstein zu sprechen. Ja, könnte gut sein. Wir sehen hier, die Feature-Match-Area wird gerade wieder, in Anführungszeichen, aufgebaut. Also, die Matten werden wieder platziert. Das ist unsere Preismatte für die Top, ich glaube, 16. Das könnte auch die Top 8 sein. Ich weiß es gar nicht. Hundertprozentig genau. Die kriegen heute die erfolgreichsten Spieler mit dem Artwork von der Hidden City, der verborgenen Stadt. Wirklich? Also, ich kann es nur genau sagen, sehr, sehr schöne Matte. Genau. Kann man immer wieder sagen. Da hat sich jemand wirklich selbst übertroffen. Genau. Und in dieser Runde haben wir jetzt den Kian, der spielt... Kian spielt Metal Force, alles klar. Kian spielt Metal Force, alles klar. Mit Magic Spectrum wieder, weil das Deck braucht nun mal Kirin. Ja. Genau. Und sein Gegner ist der Dinka Bui aus... Kahn. Kahn. Der Kahn. Also, ich weiß nicht, wie er noch... Aber der Kahn... Das ist aber keine Star Trek-Referenz. Der Kahn, okay. Kahn, 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 ja. Ja. Genau. Wir nennen halt immer Kahn, wie ich das gehört habe. Okay. Okay. Hat das einen konkreten Grund? Wahrscheinlich leichter. Ihr Deutschen habt eh immer Probleme. Wir Deutsche haben doch Probleme. Ich war gerade auch ein bisschen so, hä, was erzählst denn du jetzt hier? Ähm, ja, wir kürzen also mal ab und dann... Ali heißt Ali und Kahn heißt Kahn. Ja. Ja. Gut. Lassen wir das mal. Ähm, das Besondere an dem Deck jetzt vom Kahn, er spielt das Paleozoische Deck. Aber er spielt so ein, zwei Sachen, die wir bei anderen noch nicht gesehen haben. Also zum Beispiel vertraut er auch Kuribandit. Also man muss erstmal eben zugute halten, er spielt 40 Karten. Weil das letzte Paleozoisch Deck, das wir hatten in Liverpool jetzt wieder, das hat irgendwie 48 oder 50 Karten gespielt. Mhm. Und der Spieler, das war der ehemalige holländische Meister, mir ist leider der Name gerade entfallen. Äh, Oyster. Ja, Joshua Oyster. Joshua Oyster. Oyster, glaube ich. Ja, Oyster. Der hat gemeint, man braucht so viel... Ich weiß aber nicht mehr, ob er das Deck gespielt hat. Aber er hat gemeint, man braucht... Nee, der hat Infernoid gespielt. Okay. Also der ehemalige dann in dem Fall. Okay, der ehemalige Infernoid. Ich glaube, das war einer der Matthais. Aber egal, er hat... Matthais hat's gespielt. Okay. Matthais. Genau. Matthais hat... Ja, okay. Und er hat gemeint, man bräuchte so viele, weil man halt immer triggern muss, dass man eine Falle hat. Was sich nicht so ganz für mich erschlossen hat, weil wenn ich 29 Fallen, wie der Din Kabuy spiele, auf 40 Karten, dann bin ich auch der Meinung, dass ich ziemlich jeden Zug eine Falle habe, die ich triggern kann. Oder sehe ich hier irgendwie was falsch? Nee. Also, ich weiß, warum man sich gedacht hat, okay, ich spiele mehr als 50 oder so. Ja. 53 irgendwas. Ja. Das ist dasselbe Prinzip wie damals Mörmehl. Im Grunde ist es wurscht. Hast du funktionierende Karten, funktionieren sie. Fertig. Oh, oh. Der Umhut, ja. Also das Deck... Ich stelle hier mal einen Phrasenschwein auf und dann jedes Mal, wenn sowas kommt, bin ein Euro rein. Ja, ist so, wenn ich nur gute Karten in meinem Deck spiele. Also ich könnte auch... Also auch dieses Prinzip mit 40... Ja, aber die Sache ist doch, dass es immer gutere Karten gibt. Genau. Es gibt doch immer noch eine Karte, die ich häufiger ziehen will, die nochmal besser ist, die ich umbringend brauche. Und um die dann auch sicher ziehen zu können, spiele ich doch 40 Karten. Genau. Und genau der Kahn möchte wahrscheinlich einfach Kuribandit immer auf der Hand haben. Zum Beispiel, ja. Und wenn er 60 Karten spielen würde, bezweifle ich, dass er sie halt so häufig hat, wie wenn er selbst 40 spielt. Ich bezweifle es auch. Man nennt es Statistik. So. Hier haben wir jetzt die Eröffnung von dem guten Kahn. Da kommt nämlich auch direkt der Kuribandit. Der Gegner liest ihn erstmal durch. Ist das eine bewusste Täuschung? Ja, weil er hat ihn lange nicht mehr gesehen. Kuribandit wurde zuletzt gespielt im Shadol. Ja, ab und zu, genau. So LL, Shadol oder Shadol. Und davor halt ganz viele im Dragon-Ruler-Format. Man opfert ihn. Und das passiert. Was wir hier gerade sehen. Genau. Man millt fünf Karten und eine davon, also eine Zauber und Falk kriegt man auf die Hand. Der Rest geht in den Friedhof. Und dann ist auch, glaube ich, gleich Endphase. Das passiert in der Endphase, ja. Kartenauto und Kuribandit haben dieselbe Mechanik. Ja. Ich dachte, das passiert in der Endphase, ehrlich gesagt. Von ihm. Der muss bis zur Endphase liegen, damit er den Effekt nutzen kann. Ne, ich glaube, er opfert sich in der Mainphase. Oder so? Ja. Okay. Ich lese das jetzt einfach mal nach, weil ich es kann. Ich glaube, er opfert sich in der Mainphase und dann geht man in die Endphase. Denke ich. Ich habe auch schon lange nicht mehr die Karte gesehen. So, wir sehen den GoFu. So, dass es ein Blackwing-Monster geben wird, das wieder fast überall in verschiedenen Decks gespielt wird und nicht in Blackwing. Ist auch sehr untypisch gewesen. Hätte man auch nicht gedacht über Jahre. Ich glaube, er beschwört zwei Tokens. Ja. Diese Tokens dürfen natürlich nicht für Exceed benutzt werden. Also, der Kohli Bandit opfert sich in der Endphase. Ne, geht er sich während der Endphase. Der Kohli Bandit opfert sich in der Endphase? Ja. Fall so. Jürgen der Endphase, if this card was normal summoned. Okay, gut. Also, man geht in die Endphase und dann opfert man sich. Okay, gut. Genau. So, Bumbuku wird wohl ein Kirin suchen. Mir kann es doch nicht sein, dass hier vier Karten liegen, wenn jemand drei Verdeckte hat. Man muss doch irgendeine Antwort haben. Ne, GoFu ist gespecialt und zwei Tokens. Der GoFu ist einem fast immer egal. Okay. Weil er kann ja nicht synchronisieren. Die Tokens erlauben das nicht. Jetzt kommt ein Bumbuku, aber jetzt könnte man mit einem 5 und 3 Sterne schon ohne Probleme einen Synchro 8 machen. Weißt du, früher hätte man hier einen Schrottdrachen gesehen. Also, ich habe immer gedacht, warum spielt man da nicht einfach einen coolen Schrottdrachen? Der kann einen Token schießen und eine gegnerische Karte. Ich weiß. Macht aber keiner. Warum nicht? Weil es bessere Karten gibt? Vielleicht. Achso. Ne, also du musst wieder irgendeiner spielen und dann spielen die anderen es nach. Und so mit deinen Kuras? Ja. Also, es ist aber logisch, dass irgendjemand auch darauf irgendwann auch mal kommt. Also, ich habe die Karten ja nicht erfunden. Ich habe sie einfach irgendwann mal ausprobiert und bei mir haben sie funktioniert. Ich spiele ja nur damit. Ja. Ich spiele ja nur damit. So, wie gut ist die Hand? Also, dadurch, dass er sozusagen den Bumbuku bekommen hat, ist schon alles das Wichtigste. Also, man will an den Kirin rankommen und man will pendeln können. Natürlich liegen jetzt beim Gegner drei Karten. Aber wenn du schon die Falle siehst, paläenzoologische, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch solche Karten liegen und nicht… Ja, sowas Semitotes. Genau. Also, so ein Waboku. Das ist halt… Ja, okay, du machst keinen Schaden. Also, nicht jede der paläenzoologischen Karten ist optimistisch. Also, so… Ja, ja. Man denkt das sehr funktional. Ja. Also, was die Karte quasi macht letzten Endes. Richtig. Ähm, da kommt der Ignister, der ja auch auf Eins gegangen ist, ähm, der kann eine Pendelkarte auf dem Feld zerstören und eine Karte auf dem Feld ins Deck zurück mischen. Die Begründung, warum man keinen Schrottdrachen spielt, zumindest sagt das Kone Skirata so, es gibt einfach zu viele andere gute Karten und man hat keinen Platz im Extradeck. Mhm. Cool wird das sein? Ja, natürlich. Also, können ist natürlich, klar, kann vieles. Ja, Ignister ist halt auf Eins, wenn der weg ist… Dann meinst du… Ja. Und manchmal braucht man den Ignister, weil man Laster spielt, äh, den als Option und, ähm, mit GoFu könnte man halt einfach… Dieser Swap during first turn ist halt wie ein MST, das ist schon ganz cool. Ja, ja. Und den Gegner musst du ihn auch händeln. Da kommt der… Auf den Effekt wird das gechained, weil der Ignister würde ihn mit Resolve schon an den Stack zurück mischen. Ja. Und das ist eine der neueren paläonsologischen Karten und wenn ich mich recht erinnere, war das keine, von denen ich ziehe zwei und schieße ein MST oder so, sondern war die, die zubuckt, also ein Monster zuflippt oder… Ja, wäre schön, wenn du es mal nachgucken würdest. Ja, ich suche es gerade mal raus. Es würde wohl mal an der Zeit sein. Ja, die… Was hat der gemacht? Was ist mit dem Monster passiert? Ist es entfernt oder… Das Deck zurück? So. Es ist auf jeden Fall vom Spielfeld verschwunden, der Ignister. Es war der Dino Mischus. Ja. Was konnte der? Er wählt eine offene Karte, man wirft eine ab und wenn man das tut, dann verbannt man die Karte. Okay, das ist die, die entfernt hat. Ja, genau. Genau. Sozusagen der Karma Cut. Genau. Gut. Ja. Metallfusion. Ja, die normale, die alte, fursinnert von der Hand mit Wollflamme und dem Level 1er, glaube ich, und beschwört einen der neuen Fusionen, Metallfuhfusionen aus dem neuen Set, die Ultra. Das ist auch… Das sieht man extrem selten, dass jemand wirklich drei Karten wegwirft, in Anführungszeichen, um eine Karte zu beschwören. Also das… Er hat wohl nicht unbedingt viele Optionen. Ja, genau. Das kann man ja fast nicht anders erklären. Man kann ja nur sagen, okay, er hat offensichtlich nicht gut gezogen. Und er will noch nicht pendeln. Also… Er hätte das auch pendeln können, aber wenn da jetzt irgendwas liegt, hätte das… Ja. Der Ultra hat den… Also, wie heißt er denn genau? Müssen wir das Deck mal raussuchen. Entweder das Alka-Hest oder der Mitrilium. Ach, guck mal hier. Wir haben auch wieder von Max ein Bild bekommen. Ein Rescue Rabbit wurde im Pod gespielt, ne? Ist das richtig? Ein Pod wurde gespielt, ja. Ja, genau. Wir sehen die zehn verwandten Karten. Da ist der Rescue Rabbit dabei. Womboku, ein Eccentric, drei Metal Foes. Die Decision, die Entscheidung. Qual der Entscheidung, genau. Qual der Entscheidung, genau. Und was ist das für ein Fahrer? Das ist der Vierer, Level 4. Ja, okay. Und der ist auch zweimal verbannt worden, unter anderem. Ja. Okay. Gut. Ja, also, dieser Ultra-Fusion. Ich muss jetzt raten. Ich würde sagen, es ist der Mithrilium. Oh, Wreck-Discreet wurde aktiviert. Das freut den Metal Foes-Spieler. Noch eine Karte, die hinten weg ist, weißt du? Ja, klar. Also, das heißt, er hat halt Angst vor Strike. Er kann nicht pendeln. Aber er tut das. Jetzt zeigt er, dass er drei Monster pendeln möchte. Wenn er jetzt einen Strike legt, ist es natürlich sehr bitter. Liegt nicht. Sieht aber nicht so aus. So. Ja. Und Kirin, jetzt in der Situation, Kirin in der Situation ist super. Kirin kann irgendein Pendelmonster auf die Hand zurückgeben. Ein Monster vom Gegner. Naja. Jetzt in seinem Turn, im gegnerischen Turn, macht er das wieder. Ja. Das heißt, wenn es eine Falle ist, geht es erstmal wieder auf die Hand. Muss erstmal wieder gesetzt werden. Ja. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass es eine ziemlich gute Karte ist. Und, was viele nicht wissen oder vergessen. Oho. Wissen mit Unmut. Bei den Paleontologischen gibt es halt einen Übersetzungsfehler. Was? Das kann nicht sein. Ja, doch. Die Texte sind sehr undeutlich so, dass man das versteht. Das sind keine Pflichteffekte. Also, die können sich aktivieren, sind optional, wenn eine Falle aktiviert wird. Ja. Okay. Und sie kommen nicht immer eins nacheinander. Das heißt, wenn jetzt einer der Fallen den Effekt aktiviert, macht jetzt einfach der Kirin seinen Effekt. Mhm. Dann kann schon keine zweite Falle kommen, weil die können nur direkt auf eine Falle kommen. Ja. So. Wie soll das denn falsch übersetzt worden sein? Ne. Soviel ich das mitbekommen habe, sind wie die ersten, steht da nichts mit optional, sondern wie Pflichteffekte. Achso. Sind aber optional. Ja, dann war die Vorlage ja falsch. Okay. Also, ich glaube, das ist ja immer witzig, wenn man diese Karten übersetzt. Man übersetzt ja effektiv 13 Mal den gleichen Satz. Also, es ist ja immer, ja, once per turn, wenn das und das passiert, dann bla bla bla. Ich weiß bei denen ziemlich sicher, dass man uns die alte Vorlage geschickt hat, irgendwie vom zweiten Set, in denen die enthalten waren. Und dazu als Kommentar war, übrigens, wir haben da was geändert. Also, ich glaube, die sind einfach geändert worden oder so weiter. Das kann auch sein. Aber, wie gesagt, die steht da als Special Summon und nicht You Can Special Summon. Also, die sind optional. Genau. So. Weil, warum das relevant ist, wenn die nicht optional wären, dann würden sie automatisch in die Kette gehen. Ja. So. Okay. Hier ist übrigens ein Kommentar für dich quasi. Ja, bitte. Was geht's? Die Paleo-Sois, die werden ja nicht von Monster-Effekten betroffen. Also, Kirin macht quasi nichts gegen die. Oh. Guter Hinweis. Danke sehr. Vielen Dank. Spark, 1993. Junger Mann, weiß aber trotzdem schon viel. Ist auch schon, wie alt ist er? Ist auch schon 23. Ja. Ähm. Okay. Also, das ist dieser letzte Satz wahrscheinlich da unten, ne? Sie bleiben von Monster-Effekten unberührt oder so? Ähm. Tipp, 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 tipp. Was soll jeder von? Niskar ist noch unten. Also. Genau. Falls sie so beschworen wird, dann sind sie von Monster-Effekten unaffected. Okay. Ja gut. Dann ist der Kirin aber auch wurscht, weil die Fallen, die liegen da nur drum herum. Die müssen auch erstmal exiden. Ja. Ähm. Okay, wenn da jetzt die Kröte kommt. Dann, ähm. Die kann man stoppen. Also. Genau. Aber. Ja. Ja, sie kann dann zwar annulieren, aber zerstört den Kirin nicht. Ja. Also auch ganz gut. Ja. Ja. Ja, das sieht sehr nach Game aus. Das darf man nicht unterschätzen. Dieses Wasser-Deck. Valenzolische Deck. Man denkt, es hat nichts mehr. Ja. Und dann hat es im Friedhof noch so eine Million Frösche. Ein Ausraschfrosch mit Action. Oh, ich sehe einen Ausraschfrosch auf der Hand. Ähm. Kann jetzt wieder mit dem Wassermonster total viel hinlegen. Ich erinnere mich an ein Turnier, das war in Dreieich. Du kamst, äh. Du hast einen Rundlauf, du hast damals Coverage gemacht. Kamst an mein Feld. Siehst so, ah, Umut verliert. Bist einmal eine Runde gelaufen. Und da lag ein Light in Darkness Dragon bei mir auf dem Feld. Wie gesagt, Umut hat gecheatet. Das geht halt, du brauchst nur Light in Darkness Dragon da zu ziehen und dann machst du mit Roaming Kröte aus dem Friedhof. Das war schon lange her. Ja. Deswegen habe ich auch bei ETCG als einziger eine Krone mein Herr. Ja. Ja. So. Also, ja, Emptiness. Ist das ein Emptiness? Leere der Eitelkeit. Das ist natürlich das beste Mittel. Ja. Ich möchte nicht, dass du Special ist. Das ist ein gutes Mittel, ja. Das könnte jetzt dann auch die Entscheidung sein, oder? Wenn da jetzt kein MST oder irgendwas kommt, was... Ja, das ist immer so... Man sieht ja immer, dass keiner kommt. Weil, weil... Warum überlege ich denn jetzt? Möchte ich verloren haben oder nicht? Äh... Du darfst nicht vergessen, das Deck hat ja so eigene MSTs. Aber du musst das mal setzen. Ja, okay. Aber ich finde es immer sehr interessant, wenn er das mal anfängt, irgendwie zwischendurch Karten zu lesen. Wenn man effektiv nur eine Option hat. Also, beziehungsweise, diese Vanities Emptiness kommt jetzt sicher durch. Die wird jetzt... Aber er hat doch fünf Handkarten, aber so... Ja, vier oder fünf. Ja. Aber ich glaube, er packt ein, oder nicht? Ja. Ja. Und Reckless Creed ist auch noch aktiv. Also, darfst du auch nicht vergessen. Er darf nächste Runde nicht mehr nach außen. Sieht ein bisschen komisch aus. Genau. Tja, ja. Und mit Kirin hat man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt auch Möglichkeit, die Emptiness wegzubekommen. Ja. Es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen gestolen, in Anführungszeichen. Also, es wird jetzt ein Monster gesetzt. Also, nichts... Einhornfrosch wäre eine Option, aber Kirin ist da. Einhornfrosch, ne? Kann direkt angreifen und eine Zauber-und-Fallenkarte schießen. Ja. Das spielt aber nicht. Nein. Offensichtlich. Ja, also, ich glaube, da... König der Trolle. Sitzt heute direkt neben mir. Was ist denn da auf dem Feld? Das ist eine Kröte. Das ist ein Token. Ne, das ist ein Token, oder? Ich glaube auch. Ja, ja. Das Token, ja, das geht ja nicht in Friedhof. Das ist korrekt. Ja. Das letzte. So. Drei Verdeckte. Also gut. Und du musst sagen, unter den drei Verdeckten könnte schon noch was sein, das jetzt ein bisschen... Ja, das könnte die sein, die eine offene Karte entfernt. Ja. Oder die, die Zauber-und-Fallkarten schießt. Und... Oder... Oder. Hm. Ja, gut. Aber prinzipiell sieht es gerade relativ gut aus für das Pendeldeck. Oder willst du das anders sehen? Ne, also... Kann man eigentlich nicht anders sehen, ne? Wenn ich aussuchen dürfte... Sagen wir mal, welches Spiel du übernehmen musst? Ja, ich gehe gerne nach oben. Also... Ja. Ich kenne jetzt zwar auch die Hand nicht von dem Kahn. Wer sitzt... Wer ist oben nochmal? Kahn ist der Pendelspieler, genau. Ja, ja. Ähm. Alles richtig. Alles gut. Aber ich bin sehr gespannt, was du... Kian. Also wir müssen ein bisschen bei dem Namen aufpassen. Ah, das war's. Ja, genau. Kian ist der Pendelspieler. Genau. Kian ist der Pendelspieler. Kahn ist der Palaisoic-Spieler. Ich weiß nicht, wie Kahn. Ja, ich... Tja. Aber man muss mal so sagen, es ist nicht seine Schrift. Also... Wir haben uns jetzt einfach verplant. Okay. Auf was kam jetzt Breakpoint? Achso, auf den Phantom-Ritter. Ähm. So... Ja, Kirin... Vielleicht rechnet er mit sowas wie einer Spiegelkraft? Warum er in Verteidigung gegangen ist? Ja, ich muss auch zugeben, ganz ehrlich, wenn ich immer so viele Fallenkarten sehe, ich frage mich mal so ein bisschen, warum niemand sowas wie Spiegelkraft spielt. Ja, weil die Frage... Oder ein Torrential Tribute. Es berechtigt zwar, aber sind... Torrential Tribute ist so eine neue, alte, neu entdeckte Karte. Also wenn du jetzt behauptest, dass Torrential Tribute eine neue Tech ist... Ist es. Die Karte ist sieben Jahre alt. Ja, aber... Da ist nichts neu dran. Du hast sie ja sehr, sehr lange nicht gesehen. Ja, das ist richtig. Und jetzt ist sie wieder irgendwie... Sie hat wieder ihr Comeback, meinst du? Ja, weil sie sehr viel macht. Ja. Aber sie war zu Zeiten... Vor allem, es rechnet ja niemand damit. Ja, aber sie war zu Zeiten wie Burning Abyss und Chadol und so nicht relevant. Ja klar, wenn alle Karten sagen, wenn ich zerstört werde, dann zieh mal eine, such mal eine. Und dann zerstörst du... Pendelmonster kommen, du zerstörst alle, ja gut. Zerstör mal eine. Oder mal Dispector kommen, du zerstörst alle, aber sie können nicht zerstört werden. Gewinnt mal das Spiel. Ja, sie gewinnt ja nicht das Spiel. Nein, ich meine diese Monster, die zerstört werden, die dann alle tolle Effekte haben. Also das ist schon... Wenn du das das erste Mal gesehen hast, wenn du irgendwie jahrelang Yu-Gi-Oh! verfolgt hast und du siehst das erste Mal, wie jemand fünf Monster auf dem Feld hat, der Gegner Raigeki spielt und der andere sich kaputt lacht, weil er einfach wieder fünf Karten auf die Hand bekommt oder so, da langst du dir am Kopf, ja. Sagst du dir, ach jetzt verstehe ich, warum man Dark Hole einfach unlimited hat, also warum die plötzlich wieder frei ist, warum die von der Bandlist runtergewandert ist, weil die Karte einfach nichts mehr macht. Also du drückst einmal ein bisschen Schaden durch, im besten Fall, okay. Aber das war sie dann eher so. Twin Twister ist zu gut. Ja... Ja, weil Twin Twister würde jetzt die anderen beiden nehmen und Emtinas würde mitgehen. Ja, drei gegen zwei ist schon ganz gut als Tausch. Offensichtlich. Zumal, oh, er schießt auf seine eigene Emtinas, er möchte... Er möchte Specials haben. Ja. Ich leg mich da mal fest. Gab's schon eine Battle-Phase? Nee. Also der Frosch, aber der Frosch ist doch irgendwie vom Feld gegangen, oder? Aber das war letzten Turn, weil er hat jetzt schon wieder eine Handkarte. Oder ist das falsch? Weil er hat ja wieder gezogen. Gut. Es wurde dann wieder quasi nur Face Down, also Monster gesetzt, Abgabe. Und jetzt ist der nächste Turn von dem guten Kian, der das jetzt eigentlich unter Dach und Fach bringen will, würde ich mal behaupten. Full House sollte da liegen. Das ist richtig. Das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wie eigentlich immer, wenn diese Karte gespielt wird. Also Full House ist immer ein Highlight-Moment. Also Full House habe ich schon öfters selber auch abgekriegt, auch selber auch schon durchbekommen. Viel schlimmer fand ich die Karte Straight Flush. Ich habe auch schon mal gesehen, dass die ein ganzes Spiel gewonnen hat. Also da kommt die Kanadier, die Paleozoisch-Kanadier, die verdeckt das Monster. Also das ist das Book of Moon für die Paleozoisch-Monster. Schon sehr kryptisch, oder? Ja. Ja, wir müssen diese Hilfsvergleiche mit anderen Karten nehmen. Ja. Also ich bezweifle, dass wir auch in einem Jahr noch hundertprozentig die Pikaya, und ja, ja, jeder weiß, was damit gemeint ist. Nö. Also das würde halt die Paleozoische Book of Moon Karte bleiben. Ja. Also die Kanadier. Die Pikaya ist ja wieder eine andere. Das ist ja, du ziehst zwei Karten, nachdem du eine abgeworfen hast. Also die sozusagen Reckless Greed. Das ist der Destiny-Drawer. Der Destiny-Drawer. Der Paleozoische Destiny-Drawer. Jetzt wird hier so ein bisschen zur Eile gemahnt, sage ich mal. Auch, glaube ich, nicht ganz unberechtigt, um ehrlich zu sein. Ja, der Spielzug zieht sich ein bisschen. Obwohl gefühlt relativ wenig passiert. Habe ich auch letzte Woche eine super interessante Diskussion darüber gelesen, wo es darum ging, dass ein Spieler quasi seinen Gegner des Slowplays bezichtigt hat. Und der Schiedsrichter kommt dann an den Tisch und sagt halt, ja, die Situation ist sehr komplex, er darf ein bisschen länger nachdenken. Und die Gegenankommentation des Spielers war, es gibt keine komplexe Situation, die sich eben erst ergeben hat. Jede komplexe Situation hat sich irgendwie ergeben. Nachdem in den Zügen zuvor wurden die und die und die Karten gespielt und die haben jetzt dafür gesorgt, dass wir jetzt in dieser komplex erscheinenden Situation sind. Das heißt, der Spieler hat nicht plötzlich so, ist jetzt erst aufgewacht und denkt jetzt über die Situation nach, sondern er hatte die letzten zehn Züge Zeit, um darüber nachzudenken, wie wir in diese Situation gekommen sind. Deshalb sollte er nicht fünf Minuten Zeit haben, also klar übertrieben gesagt, um darüber nachzudenken. War eine sehr interessante Argumentation, kann man auch erstmal nur schwer widerlegen. Kommt auch immer so ein bisschen aufs Kartenspiel an oder aufs Format bei Yu-Gi-Oh! Manche sind natürlich viel explosiver, wo dann doch mal auf einen Schlag ganz viele Karten gespielt werden können. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, lässt sich schwer anfechten. Also ich stimme ihm jetzt nicht unbedingt zu. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Haben wir ein bisschen begraben, die Info, ja. Ist das 1-0 oder 2-0? 1-0 ist was. 1-0 ist was. Jetzt um kurz was abzuschließen. Ja. Ich stimme dem Spieler nicht. Also es ist okay, was er sagt. Aber ich verstehe eher nicht das, was der Judge an den Mann gesagt hat, weil das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Nein, der Judge hat dann nicht mit dem Spieler gescheitert. Er hat gesagt, ich sehe das in dem Fall jetzt anders. Aber also unabhängig davon, ob man es jetzt richtig oder falsch findet letzten Endes. Ich behaupte mal, das ist eine der intelligentesten Argumentationsketten, die ich bisher gehört habe, um sich gegen dieses Argument zu verteidigen. Gut. Jungs, wir sind in Zwischenrunden. Vorhin kam die Frage, wie das mit den Übersetzungen läuft. Wann wir die Texte bekommen und so weiter. Effektiv ist es so, sobald das japanische Set durch ist, wird das japanische Set, also sobald es veröffentlicht ist oder festgelegt ist, wird es auf Englisch übersetzt. Das dauert dann natürlich auch ein bisschen. Und dann die erste Version der englischen Texte bekommen die Übersetzungsteams in Europa und Korea, glaube ich auch. Vielleicht machen sie aber schon früher, das weiß ich nicht hundertprozentig. Und die übersetzen dann vom englischen Text in den deutschen in unserem Fall oder natürlich französisch und so weiter. Also wir haben dann meistens so zwischen drei bis sechs Monaten Vorlauf, bevor das Set dann letzten Endes… Das ist einfach mal eine wichtige Frage. Die sind ja als erstes in koreanisch erschienen. Die Paleozoisch. Genau. Sind die erst vom koreanischen ins japanische und dann von euch vom japanischen ins? Naja, also es ist definitiv so, dass eigentlich jede Karte, fast jede Karte in Japan entwickelt wird. Das heißt, alles wird erstmal auf japanisch entwickelt und dann kommt es irgendwo hin. Ja, also das ist ein bisschen anders. So, jetzt könnten wir mal drüber reden, was die Jungs auf der Seite haben, glaube ich. Kian gegen Kahn. Also fangen wir einfach mit dem Kahn einfach an. Kahn hat verloren. Wir sehen im Site Wähler, Mischirom Typhoon und die reinkommen. Ja. Buch des Mondes. Nageldecke, die ja im Grunde das macht, was du ja gerne magst. Massenzerstörung. Ja. Antimagischer Duft. Er wird anfangen, also könnte magisch-antimagischer Duft. Könnte rein, ja. Genau. Also rechtlich mit Mischirom Typhoon und antimagischem Duft. Und ein Abhören. Ein Wiretap. Ja, Wiretap. Auch mal. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja, für Mirror Matches. Ja. Weil die Fallen wieder ins Deck. Also gut, er hat einige Optionen, was er machen kann. Wie sieht's denn sonst so aus mit Kian? Können wir mal ganz schnell machen. Kosmozyklon, die die Karten entfernt. Ja. Möchte ja weiter Decks, ne? Und... Denkosecker. 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 Das wäre ja... Puh. Verheerend. Super Start. Fünf Karten Set. Und Kuribandit. Und wer weiß. Wenn jetzt ein Denkosecker kommt... Ja, also jetzt Denkosecker wäre ja absoluter Wahnsinn. Ja. Dann wäre es ja direkt 1-1. Schönes Spiel. Ja, ich rechne aber mit antimarkischem Duft vielleicht noch in der Drawfels. Ja, okay. Aber selbst dann, oder? Ja. Also... Mal gucken. Und? Und, 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 und. Das war es quasi von diesem... Da ist der... ASF. Der Anti-Spell-Fragrance. Ja, kein Denkosecker offensichtlich. Oder zumindest noch nicht. Genau. Ja, wie? Eins weiter? So. So. Ah, da kam Denkosecker und Warning. Wow. Die einzige Karte entdeckt. Die einzige Karte. Ja. Also, es spielt keine Chaos-Trap-Holes. Ja. Die einzige Out auf... Wow. Also, das muss man nochmal ein bisschen betonen. Ja. Wie gesagt, Denkosecker hätte sofort gesagt, das Spiel ist quasi vorbei. Alles, was da verdeckt liegt... Aber auch was für ein Schauspieler der... Der Kian ist. Der Kian ist. Der dann so ein auf... Oh, ja toll. Fünf. Lacker. Fünf Sets. Ja, ja. Also, krass. Die erste Warnung. Also, diese 2.000 Drive-Points, die waren niemals besser investiert. Als zu sagen, ey, ich hab das Spiel doch nicht verloren. So... Ja, das ist echt schon... Also, nur, du siehst, er hat zwar alles durchbekommen... Ja, ja. Aber trotzdem liegen... Hat er nur 3 Karten da, ne? Ja. Jetzt könnte wieder so ein Scrap-Dragon-Play kommen. Scrap-Dragon... Scrap-Dragon-Play. Scrap-Dragon-Play. Ah, ich hab fast meine Zunge verschluckt gerade. Ja. Aber nein, wir sehen... Was hat er? Level 1 oder Level... Ja. 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 Wie geht's weiter? Was kommt jetzt? Er hat sich eines der Metal Foes gesucht. Der möchte ja das Token schießen. Ja. Legt sich dadurch entweder die Metal Fusion oder eine der Kombination runter. Ich denke mal, wenn er noch Plays machen will... Ja, dann müssen wir jetzt auch gucken, was der Spieler dann genau macht. Ja. Ja, der GoFu hilft dem Deck halt auch. Einfach der kommt und gibt dir sozusagen offene Tokens, die du vor Free schießen könntest. Ja. Wenn es die nicht geben würde, wäre es jetzt schwer. Ja, es ist... Wir haben jetzt wieder so eine Situation, es wird nachgedacht. Er hat die Metal Fusion runtergelegt. Mhm. Ähm. So. Dann gibt er ab. Er hat also auch nicht so eine gute Hand. Ja, interessant eigentlich. Jetzt ein kleines Stall-Duell hier. Beide haben jetzt erstmal nichts oder wenig. So. Jetzt überlegt der... Der Kahn. Der Kahn. Ob er in der Endfestung noch was macht. Macht er nicht. Zieht. Also er hat Babuco schon gesucht gehabt. Also... Was hat er da? Einen der Paleontologischen Karten. Das war doch die... Die Bug-Karte. Rabra. Es ist... Es ist Bug. Mal gucken. Ja, es ist Bug. Und auch den Effekt, weil nichts kommt. Die Kanadier war es doch. Wir haben es doch vorhin gehabt. Kanada. Kanada. Ja. Wie ist es bei euch so? Nein, da ist keiner da. Ich glaube, die haben immer 1200 Attacke oder so. Ja, genau. Also... Sind schon präsent auf dem Feld. Also... Mit 1, 2? Für nichts. Also... Ach so. Ein Gofu-Token hat 0. Präsent auf dem Feld mit 1, 2. In dem Fall schon. Guck mal. Das kriegt ein Gofu weg. Aber völlig gegen Dunkler Magier. Hat er jetzt einfach einen Babuco auf dem Friedhof aktiviert? Ach so. Er hat auf dem Feld aktiviert, damit er die zweite Falle bekommt. Vielleicht möchte er jetzt eine Kröte beschwören. Oder er lässt die Fallen liegen. Ja, jetzt... Wir haben jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen verfahren eine Situation. Wen siehst du jetzt hier vorne gerade? Nicht Jan-Oliver Groß. Weil er steht schlecht. So. Ähm... Ja... Natürlich, wenn du sagst, der hat Denko gegen 5-6. Ja, klar. Aber... Da braucht es keinen Weissager. Er hat auch keinen guten Play gehabt jetzt. Ähm... Das ist der neue paläonzoolische Exit. Der mit 2-4 Verteidigung. Der sagt, er kann Material abhängen. Und einen Paläonzoolische aus dem Deck auf die Hand suchen. Und wenn er liegt, kann man sie, ich glaube, direkt von der Hand aktivieren. Das heißt, man muss sie nicht in Friedhof legen. Klingt gut. Ja, auf den Friedhof... aufs Feld setzen meine ich erstmal wie eine Falle. Ähm... Ach, warte. Ja, ich bin auf dem falschen Tab einfach. Mein Gott. Verwirrt. Runter. Das ist der Alte. Und das ist der Neue. Opa Binia. Opa Binia. Okay. Ach, die Verwirrung heute. Ähm... Das ist der MST. Paleozoischer MST. So, kettet aus dem Friedhof die Falle an. Ähm... Der da. Der Kanadier. Der kommt beschworen. Gute Wahl. Und er beendet sein Spielzug, glaube ich. Ist auch interessant, oder? Dass du so ein Archetypen-Deck hast mit zehn Karten, die gerade mal erschienen sind in dem Fall. Und das reicht halt sozusagen. Ja, aber es war ja bei anderen... Chadol war es doch nicht anders. Vielleicht mit 13 am Ende nach zwei Sets. Und hier ja genauso. Ja. Ja, Bumbuku. Ähm... Ich glaube sogar wieder das, was ich gesagt habe, was er am Anfang gerne sehen möchte. Äh... Kirin suchen. Achso. Das ist eine Karte, die nicht zerstört werden kann. Ja. Durch Effekte. Kann nicht gezielt werden. Die Karte gewinnt einfach im Alleingangsspiele gegen gewisse Decks. Also... Burning Abyss hat auch damit stark zu kämpfen. Ja. Ja. Wenn dann die Dantes irgendwie immer wieder weggeschoben werden und so. Also... Da gibt es ja dann offensichtlich einige Optionen. Das war... Genau. Da hat man Joshua Schmidt mal gefragt. Er hat irgendein Deck gespielt. Und... Was machst du denn überhaupt gegen Burning Abyss? Und er so... Ja, ich lege Kirin hin. Das war seine Strategiebeschreibung in einem Satz. Und die hat auch gereicht. Wir haben das dann auch gesehen, dass er den einmal gespielt hat. Und der Burning Abyss-Spieler hat quasi eingepackt. Also... Ja... Das war der Grund, wieso dann viele Spieler Kaijus dann gemaint haben. Und wenn man den Kirin loswerden wollte. Man möchte bedenken, dass Kirin mal auf 3 war. Ja. Und... Trotzdem nicht das beste Monster im Format. Ja. Aber auf jeden Fall eine wichtige Säule. Ja. Des Erfolgs. So... Ja... Bumbuku halt immer noch alleine auf dem Feld. Das Pendel-Monster wurde wohl weggeschossen. Jetzt kommt der Surge endlich. Und... Genau. Legt eine Kombination wieder hin. Die, wenn so umgedreht wird, alles nur noch weiß ist. Ich hatte so einen französischen Yu-Gi-Oh-Spieler. Und er kannte ein bisschen Türkisch, ein bisschen Deutsch. Ganz wenig halt. Und wir konnten uns bei einer Sache nicht ganz verständigen, was Deck auf Französisch heißt. Er hat nicht verstanden, was Deck heißt die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt, Kombination. Das heißt bei denen wohl Kombination. Das kann ja wohl nicht sein. Hat er zumindest gesagt. Das kann nicht sein. Also er meinte nicht Kombo. Weil ich dachte er meint Kombo. Aber er meinte Kombination. Ja, ja. Ich werde es mal raus recherchieren. Beziehungsweise vielleicht weiß es ja jemand von euch Jungs. So. Auf die erste Panelbeschwörung kommt ein Strike. Natürlich schön, wenn man eine Kontofalle dann hat. Das müsste doch Paket heißen. Paket. Paket. Also. Du könntest einfach mal gucken, was Kombinationen in dem Fall sind. als die Nummer. Verzeihung. Ja. Bist du dir sicher, dass er Franzose war? Ja. Jetzt sind wir nochmal nachgefragt. Also. Ja, der paleontologische Spieler hat hier schon wirklich das Ruder an sich gerissen. Das heißt, wir steuern auf den Ausgleich zu. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Weil. Guck mal. Du hast das Warning für. Du hast das Warning für den Denko. Ja. Und dann hast du auf die erste Panelmischung noch das Strike. Also. Also. Du wirst jetzt gefragt, was denn besser war als Kirin. Wenn du hier gerade in dem Format war, du gemeint hast, das war nicht die beste gerade im Format. Ja, das Format hat sich ja natürlich auch immer wieder hingewiesen, weil es so ein Wechsel war. Nenn mal ein paar. Die zumindest vielleicht gleich gut waren oder so. Ja, Eta zum Beispiel. Ja. Eta war eines der Beispiele, die sehr viel gemacht haben. Allgemein sehr viel in dem Deck. Monarch halt. Ach, Monarchen. Da hat er nie gespielt. Ja. Aber jetzt so Panelmäßig. Ja, das war ja auch die Kombination von Möglichkeiten, die dann Kirin dazu so mächtig gemacht haben. Ja. Ich bin mir auch schon mal an, was Kombination falsch ist. Aber alles gut. So. Ja. Jetzt endlich mal. Ist das das erste Mal, dass wir den jetzt in zwei Spielen sehen? Die Kröte? Ja. Wie findest du ihn eigentlich optisch so? Findest du ihn schon krötelig umwerfend? Doch. Ja. Also. Nein. Es ist, ähm. Also ich glaube keine Karte, wo ich bisher so viel gefragt habe, warum die so übersetzt worden ist, wie sie übersetzt worden ist. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das eine okayische Übersetzung ist. Also. Uns waren da die Hände ein bisschen gebunden, die Jungs. Tut mir leid. Ja. Ähm. Ja. Max liest sie sich nochmal durch oder schaut sie sich an? Ja, weil er kann ja die Karte auch bei sich runtersetzen. Will er das Artwork nochmal bewundern? In dem Fall ist das jetzt einfach nur Trollen, weil was mögen wir mit der Karte? Der Gegner kann mit der Karte im Friedhof nichts anfangen. Ähm. Ganz anders als die Counter. Ja. Die Counter. Mit der kann man was im Friedhof machen. Denke ich. Der Chat kann mich gerne vernünftigen. Ja, aber die Sache ist ja, die landet ja trotzdem in den gegnerischen Grave. Ja, aber warum? Ich muss mich nicht da rüber setzen. Er macht's, weil er's kann. Ja. Oder nicht. War kein Witz. Ja, der Chat sagt Beatrice. Ja genau. Beatrice war auch so eine der Karten, die wohl besser war. Wohl besser war, ja. Und du hättest jetzt quasi nicht das Material abgehängt, um die Karte rüber zu holen? Ja, nee. Wofür? Weiß nicht, was die Counter denn sagt im Friedhof? Sagt die irgendeinen Friedhof-Effekt? Wenn sie im Friedhof liegt oder so? Sagt die da irgendwas? Was? Die Krönlich-Umwerfen? Nee, die Metal-Foe-Counter-Combination. Ich gucke. Combination. Ähm. Falls sie vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, kann man sich ein Metal-Force-Monster vom Deck auf die Hand suchen. Okay. Also ganz gut eigentlich. Okay. Ja. Das war der Grund. Ja. Ich dachte, die Krönlich-Umwerfen ist wie so ein Sollum, was negiert. Dann ist die Karte erst gar nicht auf dem Feld. Ja. Ja. Aber natürlich ein hervorragender Punkt von dem guten Gwetzer. Er hatte natürlich wieder eine Möglichkeit seine Paleo-Oceurischen Monster zu triggern. Das muss man ja auch bedenken und habe ich offen gestanden jetzt nicht gemacht. Dann hat er dann wieder eine Falle. Einfach nur das. Okay. Ja, das muss man ja sagen. Also klar, wenn die auch sonst nichts macht. Aber die kann man ja nicht immer aktivieren, oder? Nee doch, die kann man nicht immer aktivieren. Also wenn... Ach ja, die sind continuous. Alles klar. Ja klar. Genau. Falls, weil ich dachte jetzt das wäre irgendwie an die Fusionsbeschwörung gebunden. Level 3. Jetzt sehen wir wieder einen Ignister würde ich mal sagen. Das wird zugebuckt. Selbstverständlich. War es die Kanadier? Es kann nicht sein, dass ich immer noch nicht weiß, welche Karte was macht. Es war die Kanadier. Es waren immer die Kanadier. Naja. Naja, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie woanders einmarschiert sind. Da sind so ein paar andere Länder in der Statistik noch vorne. Frag mal kleinen Alaska. So. Ja, das ist 1-1. Sehr gut. 1-1. Wir haben nur noch 4,5 Minuten auf der Uhr. Das muss man... Unheimlich mühsam. Du siehst, auch wenn er toll hat, er muss... Ja, also die gehen hier beide... Das ist schon so ein bisschen dieser Zermürbungskrieg in Anführungszeichen, wo dann beide bis zuletzt alle Ressourcen in das Spiel reinwerfen, um es noch irgendwie zu gewinnen. Und letzten Endes hat es jetzt mal geklappt für Paleozoisch. Aber beide Spiele haben jetzt fast 20 Minuten gedauert. Also 15 Minuten ungefähr im Schnitt. Wir werden jetzt wohl im Timeout landen. Welches Deck ist denn da vorne im Timeout? Wir haben ja gerade gesehen, der paleontologische Spieler brauchte das Warning und brauchte die Strike. So. Hat er diese beiden Karten nicht, wird es schwer für ihn. Weil die Kröte alleine kann man ja... Genau. Genau. So. Dann ist die Frage, ne? Ist das... Reicht... Das fängt jetzt echt vom Sideboard ab. Und wenn ich jetzt sagen wir mal, der Metal-Vorspieler geht jetzt als Erster... Ja. So. Die andere Sache ist ja, so ein Denko kann er jetzt alles machen. Also vorher natürlich auch schon, da wäre der Denko schon geil gewesen. Dann kam die eine einzige Antwort, die er hatte, diese ernste Warnung. Hat was ausgemacht. Aber jetzt mal angenommen, wir sind jetzt im Timeout, er legt fünf hin, damit er keinen Schaden kassiert, dann kommt die Denko runter, dann ist ja lights out. Also normal ist er Denko... Denko... Ja gut, ich gehe Second. Possible. Zumal er auch so viele Spell-Trap-Removals hat, diese Cosmo-Zyklon. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde. Es könnte sein. Also ich könnte da die Entscheidung verstehen. Ja. Aber meistens gehen die Decks einfach als Erster. Und wenn er Second geht, könnte er sogar auch noch Max C... Nee, kann... Nee, wird ihm auch nicht helfen, weil... Nee. Also... Mal gucken. Also interessante Sache. Es hat Kian erstmal die Wahl, ob er anfängt oder nicht. Und selten ist es so entscheidend wie jetzt gleich. Das ist die eine Sache. Ah, danke dir, Sparky. Ja, das stimmt. Kanadier ist Bukov Moon. Pikaya ist D-Draw. Marella ist Fulisch. Olenoides, MSC, Leon, Kolia... Ja, wir haben noch Karma-Cut. Dino-Mischschuss ist Karma-Cut und Lancholia ist Omega-Trap. Also das ist auch witzig, ne? Wenn du so Kartendesigner bist, dann... Ah, was mache ich denn heute? Was ist denn Omega-Trap? Es ist auch cool, dass so mittendrin mal eine ganz andere Frage kommt. Ähm... Ich suche sie dir mal raus. Also wahrscheinlich Exit-Omega-Effekt oder was? Die entfernt... Die sagt, du wählst eine verbannte Karte und legst sie zurück auf den Friedhof. Ah, okay, also... Siehst mal, wie gut die Omega-Trap ist, dass du die kennst. Nja, ich... Also ich hab's ja... Dieser zweite Effekt von Omega... Ja, ja, genau. Er hätte jetzt auch Different Dimension, äh... Boreal Links, Rechts, Mitte nennen können. Gut, Bumbuku... Also super... Erstmal, er fängt an. Ja, genau. Also er hat sich schon mal nicht dafür entschieden, dass er Zweiter geht, auf Denko vertraut. Ja. Er geht Zweiter, äh Erster. Bumbuku... Meinst du, dass die Denkos rausgebohrt ist? Nee... Glaub ich nicht. Glaub's nicht? Weil... Du kannst an Bord hinlegen... Und dann kommen die Denko... Dann. Ja, ja. Ne? Außerdem, weißt du auch nicht, äh... Man kann die Denko ja einfach normalen jetzt. Dann darf gar keine Falle gesetzt werden. Ja. Also... Also auch ganz gut. Ja. Habe ich gehört. Ich glaube, er wird beim nächsten Mal drei Denkos im Sideboard haben. Nicht mehr zwei. Okay. Weil dieses Deck weiterhin kommt, meinst du? Ja, das Deck, äh... Haben sehr viele unterschätzt. Ich weiß, dass es gut ist. Aber... Man muss halt auch schon... Die... Eine... Eine Sideboard-Karte... Ist nicht mehr so wie früher, dass du einfach nur eine Bordekarte ziehst. Und irgendwann kommt sie zum Einsatz und gewinnt das Spiel. Ja, gut. Wenn die Spiele nur noch zwei Turns dauern, dann ist das nicht mehr so wahrscheinlich. Ja. Wir sind ja in Turn 3 schon im Late Game. Das ist immer so witzig. Wir sind ja in Turn 3 schon im Late Game. Du meinst, du meinst, das Early Game ist Turn 1, das Mid Game ist Turn 2. Das Late Game ist mittlerweile Turn 3. Ist Realität. Alles klar. Das ist doch die Wahrheit. So. Okay. Er schaut sich auch seine Hand an. Ich werde mal meine Zitatsammlung von Omo starten. Also... Jetzt sag's doch. Ja, mach doch mal so dann schöne Postkarten und vertreib T-Shirts. Was hatten wir vorher noch? Das ist eine komplizierte Situation. Das ist jetzt kompliziert. Irgendwie sowas kam doch da auch. So eine tief philosophische Aussage. Immer doch. Ja, ja. Ja, ja. Wir sind im Time Out. Ja, ja. Haben wir doch angekündigt. Ja, ja. Und ich finde den Zettel atemberaubend unschön. Unschön? Ja, ist einfach nur ein Zettel. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Das können wir besser. Das können wir besser. Ich lege mich da mal fest. So. Das kann man auch besser. Ronin Kröte gesetzt, vier Karten runter gesetzt. Jede Falle im Time Out ist nicht schön. Äh, Konterfalle jetzt. Die, weil die kostet. Und da was kommt? Da kommt der antimagische Duft. Keine Karte darauf angekettet. Es könnte auch nur eine einzige Zauberkarte oder zwei Zauberkarten hinten liegen. Das sind die Metallfusionen. Keine der anderen Zauberkarten setzt er. Ja. Konter wurde aktiviert. Darauf wird, also Kette drei, die paläonzonische Zauberkarte. Ich glaube die MST müsste es sein. Mhm. Oder die die entfernt. Kanadier. Kanadier. Ist es Kanadier? Ne, das ist nicht Kanadier. Das weiß ich mittlerweile. Also, doch ohne Scherz. Ich weiß es wirklich. Ja. Aber als vierte Kette die Schnellzauberkarte. Die neue Metallfusion. Die wiederum heißt Vollmetallfusion. Vollmetall. Es ist Marella. Er legt eine Fallenkarte von einem Deck auf den Friedhof. Punkt. Das war es eigentlich schon. Okay. Also wenn ich... Das ist Marella, oder? Vom Artwerk her? Ja. Ja doch, ja. Oder... Ne, es muss D-Draw sein. Ne, es ist Picaya. Ja, Picaya. Genau, D-Draw. Okay. Man spielt wahrscheinlich die andere nicht. Die ist wahrscheinlich zu schlecht. So. Auf dem Feld haben wir jetzt den... Den Alka... Nein, er spielt zweimal. Mitrilium haben wir jetzt auf dem Feld. Ja. Willst du uns mal sagen, was der Mitrilium exakt macht? Exakt auch noch. Ich... Also du kannst zwei Metalfoose Karten in deinem Friedhof wählen und eine Karte auf dem Feld ist natürlich ganz wichtig. Du mischst dir dann alle... Die Karten, die du im Friedhof gewählt hast, mischst du ins Deck. Und falls du dies tust... Wohl übrigens nicht falsch übersetzt, muss ich mal dazu sagen... Legst du die Karte auf dem Feld zurück auf die Hand. Also gibst sie zurück auf die Hand. Und dann kannst du nur einmal pro Zug verwenden diesen Spiel... Effekt, sorry. Und falls sie vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, kann man ein Metalfoose-Pendel-Monster vom Friedhof oder offen vom Extra-Deck als Spezialbeschwerung beschweren. Also ist gerade dieses Minus-Polymerisations-Play mit ihm nicht so Minus. Okay. So. Ja. Ähm. 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 Galaxie-Barriere... Ne, wie heißt die Falle? Ähm. Dimensions-Barriere wurde aktiviert. Es wurde wohl... Fusions... Ne, wurde nicht... Ich kann nicht sagen, welche... Was jetzt gesagt wurde. Er könnte jetzt Pendel-Effekt gesagt haben. Mhm. Dann könnten jetzt für den Rest des Spielzugs keine Effekte vom Pendel-Monster und auch keine Pendel-Beschwörung durchgeführt werden. Also Fusion hat er nicht gesagt, weil er denkt darüber nach, ob er den Effekt aktiviert. Wie es ausschaut. So. Das ist wirklich witzig. Jetzt werden schon so Fragen kommen. Hä? Wie? Umut ist gut heute. Er ist in Hochform. Wo bist du? Jetzt werden Leute einzeln per Facebook-Message in diesen Chat reingeholt gerade quasi. Niko Schlierkamp mit Metal Force. Ich glaube, den wollten wir fast featuren diese Runde. Es gibt ja auch ein berühmtes Lied von Niko Schlierkamp. Wir gehen gleich näher drauf ein. Ich glaube, der hat gegen jemanden gespielt, den wir erst gefeatured hatten die Runde zuvor. Und deswegen haben wir ihn nicht genommen. Weil wir nicht einmal den gleichen Spielerfeaturen wollten. Ja, wir hatten mehrere Namen. Alper Engin haben wir ja gesagt, war eine der Optionen. Patrick Hoffmann war einer der Namen, wo wir darüber nachgedacht hatten. Ja. Aber wir haben uns für zwei Namen, die wir immer noch verwechseln haben. Jetzt kam auch die Frage nach Patrick Hoffmann. Also ganz genau. Ja. Oh, Wehler. Gute Karte. Ja, Wehler. Also er hat halt wohl Pendel-Effekte annulliert mit der Dimensionsbarriere. Und hat noch den Wehler als Out für die Fusion gehabt. Jo. Und wir sind halt im Timeout. Das sollte man nochmal erwähnen. Genau. Ja, noch keine Live-Point-Änderungen. Wen favorisiert das denn alles gerade? Ich weiß leider nicht, was da unten verdeckt ist. Ja, was das ist. Aber jetzt so vom Schaden rechne ich eher mit, dass Metal-Foe-Schaden macht. Der Judge greift jetzt auch hier helfend ein und legt dann wieder Monster aufs Feld. Ist auch ganz nett. Schiedsrichter, helf mir nochmal. Hier ist dein Monster, greif damit an. Das hilft. Siehste, macht auch. So. Und? Ah, wir zubucken. Was sagt die? Das ist nicht zubucken. Ich weiß nicht. Dann ist es die Inferner-Cut. Das ist die bessere. Das ist Karma-Cut. Es ist Karma-Cut. Diese armen, paleo-so-ischen Karten, dass niemand weiß, wie sie heißen. Dino-Mischos heißt sie übrigens. Es wird schwierig für mich, die jemals zu lernen. Ja. Wie gesagt, also wenn du Karten-Designer bist, da hast du dir das Leben echt leicht gemacht. Also Jungs, ich glaube heute entwickle ich mal ein neues Deck, das besteht aus Fallen-Cutten, die später zu Monstern werden, wenn eine andere Falle aktiviert wird. Jetzt muss ich mir Effekte für die ausdenken. Ja, koreanisches Wörterbuch. Nee, Pflanzen. Ja. Sechste Klasse Pflanzenunterricht. Und dann sagst du dir, ich nehme da jetzt mal ein Book. Ich nehme dir jetzt mal einen Kammer-Cut. Schreibst du jedes Mal drauf, dass das alles eine Falle ist. Das ist doch cool. Also so sein Geld zu verdienen ist doch eine geile Sache. So, das ist wieder der Neue. Der neue Palänenzolische Exit. Ja. Der wieder mit 2-4 Verteidigung. Der andere hat 2-4 Attacke. Also das so. Der Opa Binia. Genau. Und wieder ein Material abhängen und einen aus dem Deck suchen, die man dann in der Runde aktivieren dürfte. Ja, alle. Also nicht nur die eine, die man sich sucht, sondern alle darf man von der Hand aktivieren. Das heißt. Nur als Info. Ein Beispiel, wenn er jetzt irgendwie die verdeckte Karte loswerden würde und würde dann irgendwie, könnt ihr ja angreifen mit 100 oder so, würde das schon reichen. Und dann wieder zu Exiden, damit er wieder eine Barriere hat. 100 Schaden reichen ja schon aus, um zu gewinnen. Ja. Eine Ronenkröte for Win. Das haben wir früher oft erlebt, dass eine unheilverkündende Schlange für einen Attack. Na klar. Ich habe zum Beispiel mal 6300 Schaden durch Geister Sensemann bekommen. Hast du gegen Goldfisch gespielt? Nee. Das Game ging halt immer so, dass wir unsere Ressourcen verschwendet haben. Das vergisst man auch sein Leben lang nicht mehr, ne? Ja. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die unheilverkündende Schlange 10 Attacken durchgekriegt hat. Das gab es. Früher war... Sie hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Sie hat wirklich viel unheilverkündet in dem Spiel, ja. Ja, ja. Offensichtlich. Ja, heute verlierst du ein Match in den unheilverkündeten Schlangen angefindlichst. Das ist wahr. Weil du bist ja dann im Late Game bist du ja tot. Teil 3. Im Late Game, ja. Teil 3. So. Okay. Warte mal ganz kurz. Hat er... Er hat mit Frosch einfach abgegeben. Sieht nicht ganz so aus, oder? In Angriffsversorgung? Nee, okay. Er ist sein Zug noch. Ich wollte schon sagen. Bleib doch mal entspannt, Umut. Nee, weil ich da jetzt noch so Monster sehe. Wie kamen die aufs Feld? Achso. Meistens werden die beschworen. Und dann kommen die aufs Feld. Jetzt sehen wir den Alten, der kann eine Karte auf dem Feld zerstören, soviel ich weiß. Ano Mano Caris. Ja, genau. Einmal pro Spielzug, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers ist natürlich super, jetzt gerade im Timeout. Falls ihr eine Fallenkarte als Material habt, was natürlich immer der Fall ist bei diesen Jungs, also fast, fast, fast immer. Man kann eins abhängen und dann eine Karte auf dem Feld zerstören. Aber noch kein Schaden. Noch kein Schaden. Stimmt. Aber klarer Vorteil gerade, oder? Ja, ja. Weil eine Karte, die sozusagen immer... Aber gut, das ist jetzt der letzte Zug im Timeout. Richtig. Wir haben bei Null angefangen zu zählen, ne? Jetzt ist T3 gerade. Ja, es sind noch zwei. Also, wir sind ja noch in den Tops. Null bis fünf, genau. Null bis fünf, gut. Also, genau. Beide Spieler haben auf jeden Fall noch eine Gelegenheit, mal anzugreifen, was vielleicht mal ganz gut wäre. Dieser Nicht-Angriffspakt, der darf jetzt nicht bestehen bleiben, damit dieses Spiel mal einen Gewinner findet. Und ich glaube auch nicht, dass einer von denen Interesse daran hat, zu drohen gerade, oder? Also, ein Waffenstillstand würde schon helfen. Ein Waffenstillstand? Mit 1,5 Schaden. Ja. Das ist sehr schön. Ja, der Kian hat noch Optionen. Trotzdem, mit so einer flexiblen Karte wie... Wie heißt der denn? Unser 2-4-Attacke-Paleanzolo-Torische? Oh, Anomalo-Kares. Anomalo. Das ist wie so ein indischer Nachname. Am besten denkt man nicht drüber nach und man spricht ihn einfach aus. Also, man geht einfach durch. Natürlich. Hatte ich mal in der Schweiz einen Spieler angekündigt, der zum Feature-Match musste. Der hieß Pirassat Bala Supramaniam. Und als ich den das erste Mal ausgerufen habe, war wirklich so, Feature-Match haben jetzt... Oh. Ja, auch so am Mikrofon. Hat auch jeder gehört. Pirassat Bala Supramaniam. Okay. Dann waren alle erstmal so... Wow! In der Schweiz kriegt man einen Applaus für sowas. Die Schweizer. Super geiles Volk offensichtlich. Total entspannte Leute. Und dann später war der wieder im Feature-Match. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ja, Augen zu und durch. Und dann war es wirklich so. Und jetzt ins Feature-Match. Pirassat Bala Supramaniam. Und offensichtlich richtig. Irgendwann... Noch richtiger. Quasi. Und dann ist der ganze Raum ausgerastet. Ja. Man hat ein Erdbeben in dem Ort registriert, weil alle hart applaudiert haben. Ja. Ich grüße alle Schweizer hiermit nochmal. Offensichtlich die Besten. Ich möchte, dass du nicht allein da stehst. Auch ich grüße die Schweizer. Ja. Ich bin sicher, sie freuen sich. Ähm... Jo. Ja, wir haben wieder so einen mexikanischen Waffenstillstand. Den Mexican Stand-Off. Mexican Stand-Off. Ja. Kennt man aus Western. Aber den benutzt du oft, den Begriff? Hast du mir aufgefallen? Ja. Ich mag den sehr. Ich wurde auch noch nicht dafür angegriffen. Es gibt immer so Begriffe, die benutze ich sehr oft. Im Englischen zum Beispiel. The Writings on the Wall. Das habe ich sehr oft gesagt. So gegen Ende des Spiels. Ja. Man sieht es kommen, was jetzt passieren wird. Und dann haben mich dann Leute mal... Ja, das sagst du jedes Mal. Und dann habe ich es mir halt abgewöhnt. Mein Gott. Ja. Also beziehungsweise deutlich weniger verwendet. Ja. In Liverpool habe ich es glaube ich dreimal am ganzen Wochenende gesagt. The Writings on the Wall. Ja. Ich gehe auf sowas ein. Ich höre dem Feedback zu. So. Jetzt kommt der Effekt von Anomalo Kares, dem indischen Exit Monster. Das jetzt mal sagt, ich zerstöre jetzt mal was. Das ist so ein bisschen Kirin mäßig. Also ich hatte am Mittwoch einen Zahnarzttermin und er hat bei mir keine Anomalo Kares entdeckt. Ja. So. Aber du siehst, der macht ja trotzdem was. Also der kann ja nur einmal Brune schießen. Und ja, verwirkt. Mehr kommt da nicht. Jetzt kommen wir. Ich glaube jetzt gibt es ein bisschen Damage. Nicht viel, aber es gibt es. Immerhin. First Blood. Okay. Fusion wieder ins Deck zurück. Ach so eine unheimlich interessante Karte. Einfach aus dem Friedhof ins Deck zurück. Und kannst du eine Karte dafür ziehen. Klingt ganz gut. Ja. Schon ein bisschen anders als in der Zeit, als man so eine Polymerisation sich mühselig irgendwie auf die Hand suchen musste. Und dann macht man Minus 2, um ein Fusionsmonster aufzurufen. Zumal gibt es ja jetzt mehrere Versionen von Polymerisation jetzt auch noch. Ich glaube eine mit dem selben Effekt. Diese Karte wird als Polymerisation behandelt. Immer. Genau. Es steht ja jetzt auch immer. Und sie kann glaube ich dasselbe. Irgendwie ein Fusionsmonster. Ja. Wäre ja lächerlich, wenn nicht. Also. Ja. Aber hier ist ja so eine spezielle Art Schreib. Erstmal setzt du die Karte. Kannst sie nur in deiner Runde aktivieren. Ja. Hat auch so ein paar Dropbacks. Jetzt kommen ja mal Angriffe. Wie viel Schaden gab es? Die haben 2,4 und sein Monster hatte auch 2,4 oder was? Ähm. Wolfflamm. Guck mal wie viel Attacke Wolfflamm hatte. Ich bin. Äh. Anderes Deck. Ja genau. Äh. Andere Seite auch noch. Das adet ja in Stress aus hier. Wolfflamm. Der hat 2,4. Okay. Dann gab es nur ein Doublekill. Sehr. Wohl doch kein Damage. Na gut. Ist auch irgendwie logisch oder wenn beide Monster vom Feld gehen oder sehe ich das falsch? Ja aber hat er ja nicht vorher diesen 2,5 Attacke auf dem Feld gehabt? Hätte man nicht erstmal mit 100 angreifen können oder ging das nicht? Ich weiß es nicht. Die neutrale Schweiz hat mich durcheinander gebracht. So. Wieder der Effekt von dem 2,4 Verteidigung. Ja. Omini Bibi oder so? Omini Bibi. Ich finde den raus. Moment. Opa Binia. Fast. Kann bitte irgendeiner mit den Namen dieser Karten einen Rap Text mal zusammenfassen? Wäre nicht Omini Bini viel besser als Opa Binia? Ja. Opa Binia. Kröte. Oh. Erster Schaden? Oder muss er wegkauen? Ja wir können mal den guten Max anfragen ob er uns mal die Live Points durchgeben kann. Warte. 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 Standby Phase. Frosch. Ne nicht Standby Phase. Doch. Frosch Effekt. Hat er nichts mehr? Wir sind in Turn 5. Also wenn das jetzt. Das kann ja im Draw. Also wenn der. Sind die Live Points immer noch bei 8000? 8000? Scheint so. Das heißt das endet wohl im Draw. Der könnte jetzt einfach abgeben oder nicht? Achso es gab 2-2 Schaden. Also die Kröte kam durch. Okay. Das ging nämlich so schnell, dass ich das nicht gesehen habe. Schaut gerade in den Chat. Was? Ne ich hab ähm. Der liebe Spark schreibt irgendwas. Ja ja. Dass nur Monster vom Feld fusioniert werden können mit der Fusionsersatz. So heißt die Karte. Okay. So. Aber ja. Wir haben einen Sieger. So wie es ausschaut. Boah. Das Vorsteck hat gewonnen. War eine schwere Geburt. Also das längste Match heute das wir hatten. Das können wir mal in unserer Nachbesprechung ein bisschen näher aufarbeiten. Du musst zugeben es gab leichtere Plays. Ja. So Umut. Was sagst du? Wir haben Frösche gesehen. Ganz viele. Und wir haben Metal Foes gesehen. Ganz viele. Und es hat sich deutlich gezogen. Das erste Match das heute die volle Zeit ausgeht hat. Erinnerst du dich an Burning Abyss Mirror Matches? Och. Nein. Ich hab die aus meinem Gedächtnis verbannt. Und Shame of War. Du hättest. Also solche Matches die ganzen. Also. Es ist sehr anstrengend. Es ist Kopfkino. Ja. Kopf. Naja. Ich weiß nicht ob das als Kopfkino durchgeht. Aber ja. Ja. Weil du halt trotzdem immer. Okay. Ich muss nicht immer raten was für jetzt kommt. Sondern. Okay doch. Im Grunde ja schon. Du denkst. Du musst überlegen welcher Play könnte kommen. Da musst du immer reagieren. Bis erstmal eine Karte kommt. Naja. Und dann darf der Gegner reagieren. Ja. Der Ausgang. Ich hätte jetzt gedacht. Dass Metal 4 vielleicht doch irgendwie Schaden drücken kann. Dass es nochmal explosiver abgehen wird. Es hat einfach wohl wieder keine Plays. Aber jetzt haben wir es mehrfach gesehen. Also waren jetzt alle drei Matches sehr sehr langsamer Start gefühlt. Das erste hat glaube ich nur lange gedauert. Also die Durchführung von den Moves. Obwohl es ja nur drei Turns waren. Wir waren im Late Game. Aber es waren ja nur drei Turns. Im ersten. Die haben sich aber trotzdem irgendwie über 15 bis 20 Minuten ausgebreitet. Das zweite und das dritte waren dann jetzt auch nochmal so richtig Thriller mäßig. Als liest du dir einen langen Krimi Roman durch gerade. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Ja. Ich fand die Aktion. Also die schönste Szene im ganzen Match war einfach Denkoseka-Warning. Ja. Denkoseka-Warning. Ist fast ein bisschen untergegangen um ehrlich zu sein. Ja. Die Leute die hier aufgepasst haben. Die haben es gesehen. Jetzt kommt nochmal die Frage wer hat gewonnen. Paleo Soik hat gewonnen. Das war der gute. Kian. Ne. Kaan. Din Kaapui. Din Kaapui. Nennen wir ihn Kaan. Du nennst ihn Kaan. Ja. Ich weiß immer wo der Name herkommt. Er sagt ihr nennt ihn so. Ne. Der liebe Max hat ihn Kaan genannt. Ach so. Okay. Ist wohl im Raum Halle oder Berlin oder so. Paleo Soik haben heute auch acht Leute gespielt. Also nicht nur er, sondern noch ein paar Leute mehr. War deren Wahl. Bist du jetzt, ich muss zugeben, nach dem Match ist man vielleicht nicht unbedingt überzeugter davon. Ja. Weil das war ja jetzt doch schon sehr anstrengend, sehr lang, sehr mühsam. Ganz einfach gesagt. Würden die Leute einfach, um dieses Deck auszuschalten, einfach extrem dreifach Sideboard Karten spielen. Und nicht nur so zwei Denko. Ja. Gleich drei Denko. So ein Royal Dequeen noch. Weil dann kommt halt einmal Warning und beim zweiten Mal nicht. Das Deck gibt dir nicht danach OTK. Ja ja. Haben wir gesehen. Du versuchst es danach zu handeln. Weil ein Denko mit einem Ignister, da kommt er nicht mehr so leicht raus. Aber der kann, ich denke mal du führst mal ein Interview mit ihm. Ja. Würde ich auch sagen. Dann fragen wir nochmal den Meister selbst, der stand jetzt zu eins? Der stand zu eins. Zu eins. Dann ist er ja jetzt quasi, was war die fünfte Runde? Fünfte Runde. Vier eins. Vier eins steht er jetzt. Okay. Also eigentlich müsste er so, er ist ein Super-Teil-Breaker offensichtlich, aber ob es hundertprozentig für die Tops reicht, weiß man noch nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob es Top 8, Top 16? Ich glaube es sind 8. 8, ja. Top 8. Dann muss er gewinnen. Dann muss er gewinnen, ja. Also gut, um sicher zu gehen, muss man immer gewinnen. So, bevor noch ein paar Euros ins Phrasenschwein geworfen werden, würde ich sagen, wir sind gleich zurück und machen dann mal unser Interview mit Tinka.